ja liebe Leute herzlich willkommen zurück zu anno 22 05 zum nächsten part auf geht's so wir wollten ja diese verjüngungskuren bauen so die alten haben wir schon gebaut ja genau so ein bisschen Geld habe ich angespart müsste eigentlich alles funktionieren jetzt brauchen wir gleich wieder so ein transportzentrum das passt leider nicht hin so das ist 92% ausgelöstet ach der Strom macht uns wieder Sorgen weiter so ein Teil bauen setzen wir es mal hier hin oder hier ok ein Schritt näher zur Unsterblichkeit und ich rede nicht nur von dem Wundermittel das sie entwickelt haben sie werden in ihren Taten weiterleben gut wir haben eine Sicherheitsabteilung bekommen und sind eine Stufe aufgestiegen ich weiß hochmoderne Technologie ist schwer zu schlagen oh ich habe nichts gegen Besuche Warnung Energieknappheit schon wieder kann man hier diese Energie Teile auch verbessern schauen wir mal ja genau haben doch gleich mal noch so ein Teil mit hier ran ist zwar nicht viel aber das ist am wenigsten wieder im Plus das geht wieder nicht gut ähm Waren Einpferd und wieder einmal haben wir zu wenig Strom und wieder einmal haben wir zu wenig Strom das leicht langsam an jetzt schauen wir mal unten auf unsere Güter gut Algen werden überproduziert und unsere Jüngungskuren sind auf 0 oh was ist denn hier Synthetikzellen oder Synthzellen hier runter ok also müssen wir hier nochmal so eine Zelle bauen ok 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 und was sagen sie ja das geht nicht durch die Algen runter ne gleich noch so eine zweite Algenform ich finde es cool dass man hier noch extra bei jedem verbessern kann wobei den meisten zumindest nicht schlecht Lager gut Lager waren wir jetzt nicht jetzt gucken wir mal kurz hier drauf jetzt gucken wir mal kurz hier drauf ok ok gut 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 wir schauen ein bisschen rein in unsere Stadt gut Bio-Quest geht wieder runter und die Reißformen ne könnte man ja auch verbessern aber da habe ich zu wenig Platz jetzt machen wir mal mit den hier ah den könnten wir machen wow das ist ja das wollen wir hier drauf nehmen gut gut es geht also alles schön hoch hier nein nur Keramik ist auf Null hier haben wir noch was für ein einsammeln Möchten Sie etwas so genau also Administratorin bräuchten noch Sicherheit gut du kaufst nichts bei mir und verkaufst mir nicht das bricht dem alten Nick das Herz ach du armer Kerl gut gut also können wir mal gucken was wir hier an Sicherheit machen können hier ist die Sicherheit oh das ist ganz schön groß das Gebäude wenn ich das jetzt hier hinsetzt auf jeden Fall brauchen wir viel mehr Strom wir müssen erstmal mehr Strom her schaffen irgendwo so noch so ein Ritual hinsetzen hier hier haben wir 58 hier können wir keins noch ran bauen höchstens hier so da haben wir 108 ich möchte aber noch ein bisschen mehr hier haben wir noch eins und hier haben wir auch noch eins hier 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 so da hat man erstmal ein bisschen Strom wieder oh ich habe nichts gegen Besucher die Leute hier sind alle sehr nett ja wenn ich dadurch das Gebäude jetzt baue habe ich wieder Minus von der Unterhaltskosten von 1000 ich weiß nicht ob ich das mal riskiere ich riskiere es mal hier Sicherheitskontrollen sind in ihrem Raumhafen äußerst wichtig erst recht wenn man es mit Terroristen wie der Orbital Watch zu tun hat so sind wir natürlich hier wie man sieht gleich wieder auf aber es geht wieder schön zurück ah ich kann wieder aufsteigen ich kann wieder aufsteigen das machen wir gleich mal und zwar mit diesen unteren hier was wir wissen mit dem unteren hu 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 cool sieht das Gell aus leckt mich am Arsch ey das ist nicht los das ist nicht los müssen wir noch mal ein bisschen ah trinken was auch was trinken was auch das ist doch hier oder hier machen wir gleich mal noch zwei Module hin so ansonsten sieht es ja nicht schlecht aus 400% lang hier schlecht auf 100% also könnte man ja gleich noch so ein Modul miteinander hängen dass das hier nicht ausgeht die ganze Sache gut dann müssen wir das mal in den Augen behalten wenn nicht dass das hier noch minus er gibt so produzieren sie Luxus kost werben sie Manager an 5000 oh wei das haben wir werben sie ihren Heimhafen in Walbrookbecken mit einer Stadtrampe ah wie geht das aus da brauchen wir die 5000 Manager ok ja das will ich jetzt nicht ja streng genommen ist das ein unangekündigter Vorstoß in ihr Gebiet aber bevor sie mich melden hören sie sich lieber mein Angebot an ok wo ist dein Angebot bevor ihnen Fairwater Coast zugeteilt wurde hat Lei Sheng hier die Errichtung hydroelektrische Anlagen vorangetrieben diese Kraftwerke basierten auf Entwürfen die Lei Sheng von dem bankrotten Konkurrenten Global Trust übernommen hatte aber das Projekt wurde eingestellt nachdem gewisse Ereignisse die Dämme unbrauchbar gemacht hatten wenn wir unsere Kräfte bündeln können wir den Bau des Dams abschließen und die Hälfte der produzierten Energie würde ihrer Firma zustehen habe ich jetzt ihre Aufmerksamkeit ja klingt erstmal nicht schlecht ne also haben sie das Projekt abgeschlossen ok es ist Zeit für ein paar Verbesserungen habe ich den im Flugzeug überhaupt oder kein Flugzeug hier im Flugzeug bringen sie die Fracht zu Flugzeug ok das kann ja auch so ein bisschen laufen hier das ist alles noch im grünen jetzt kann ich mich immer um die Sache kümmern ähm Flugzeug wo bekomme ich jetzt ein Flugzeug her oder meint die jetzt hier dieses das ist ja ein Schiff ich probiere es einfach mal ich probiere es einfach mal Sammeln sie Dammüberrest mit ihrem Flugzeug hm vielleicht geht es mit dem Schiff auch nicht mehr Plus tausend Energie in diesem Sektor das ist natürlich ganz schön ich verlasse mich auf dich verstanden halt doch meine Pappen jetzt hm Ja wir machen erstmal die Aufgabe, wir machen erstmal das jetzt. So und da schauen wir mal, mein Schiff ist ja da. Ah ich kann es schon einsammeln. Ok und das noch. Gut, jetzt sollen wir das zu dem Flugzeug bringen. Ich verstehe, der zielgerichtete Typ. Ja hier wohne ich, aber egal es geht um die Arbeit. Ja gut, die haben wir hier. Die haben wir hier. Lass mal die 5 Minuten auslaufen. Dann können wir uns noch um meine Stadt kümmern. Gut, also die haben hier keine Sicherheit. Jetzt müssen wir die Große mal aufsteigen lassen. Wir machen hier dieses Gebiet, lassen wir mal aufsteigen. Ich würde es ja selbst machen, aber der ganze Krach und die Schießerei. Ja, ich möchte jetzt keine militärische Mission machen. So, also aufsteigen. Wow, du sorgst für Aufsehen. Viele wichtige Leute hätten gern deine Unterstützung. Also diejenigen an den wirklich entscheidenden Stellen. Denk darüber nach. Die geheimnisvolle Frau. So, gucken wir uns mal hier unten. Geht nämlich schon wieder die Biokost runter. Ja gut, Luxuskost haben wir noch nicht. Die Vitamindrinks gehen auch runter. Unter Versorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja. Immer schön ruhig bleiben. Gute Systeme sind die halbe Miete. So. Gut, das geht wieder hoch. Dann haben wir hier die Vitamindrinks. Ah, das ist ja auch. Das ist ja auch. Da haben wir noch so ein Modul dann. Und hier haben wir auch noch so ein Modul dann. So ist das, das die. Das ist ein Transportzentrum. So, wie sieht's denn, wenn... Oh, absurd aus, sowieso. Gut. Das kann man natürlich jetzt so nicht verpassen, ne. Auf jeden Fall geht es wieder hoch. Auf jeden Fall geht es wieder hoch. Ich muss dann auch irgendwann mal her, weil ich habe bald keinen Platz mehr auf der Lehninsel. Was bräuchte man jetzt an Luxusgütern. Rind vielleicht haben wir nicht. Ne, ich meine das andere. 2850. Okay, ähm. Managerin. Was haben wir hier? Ist irgendwas noch? Ist irgendwas hier? Ist irgendwas so extrem, was ich hier? Wir sind Ehem. Oh. Hier. Wir werden nachschauen. Soja Farm Ich gehe jetzt mal hier hin Und das Rindfleisch Ich gehe jetzt mal hier hin Der Konkurrenz immer einen Schritt vor Kaps Da sind wir uns wohl einig Treten Sie ein Also sind Sie an einem Auftrag interessiert? Gute Systeme sind die halbe Miete Warnung, Energiemangel Jaaaa Sheet, also Promo Habe ich hier so ein Moment Wann ist der hier? Das ist noch so ein Wasserfabrik Was ist das hier? Ah genau Da kommt auch noch so ein Ventul Wunderschön Wunderschön So Rindfleisch geht hoch Sojabohnen Noch nicht so Machen wir So ein Modul setzen So das müsste jetzt langsam mit hochgehen So Was wollte die gute Frau jetzt? Befestigen Sie Le Sensor Drohne auf Ihren Kommandoschiff Folgen Sie den Drohnensignal und sammeln Sie die Turbulenzen und Verursachen Die Turbulenzen und Verursachen der Fels Bringen Sie die Fracht zu Medias Flugzeug So begriffen Ah hier ist die Drohne okay Da brauche ich erst wieder mein Schiff Wo ist mein Schiff? Wo ist mein Schiff? Wo ist mein Schiff? Wo ist es wieder dahinter fahren? Zack Oh ich bin schon Stufe 8 Sehr schön Okay Nein da wollte ich doch nicht Ich will doch hier rein So hier Leuchterladen Okay also hier Luxuskosten Die haben wir noch nicht Was ist das hier? Wein haben wir auch noch nicht Die Produktion 1 plus 4 Sehr schön So schau mal Wup So dann schauen wir mal Koordinaten bestätigt Bestätigt Volle Kraft voraus Okay Verstanden Verstanden Sind unterwegs Ah her Ist ja bis jetzt noch ziemlich einfach Bestätigt Werden mal Das war schon ein 3 von 7 Bestätigt Bestätigt Von Bestätigt Bestätigt Schlafen wir was hier. Sind unterwegs. Ist das auf der Insel oder was? Verstanden. Wäre blöd. Bestätigt. Okay, noch zwei Stück. Volle Kraft voraus. Verstanden. Roger. Okay, mein guter Husten ist hin. Ist hier oben irgendwo. Verstanden. Oder ich muss halt auf die andere Seite. Ich muss halt hier hin. Das kann auch sein. Wollen wir mal hier hin? Ja. Ja. Es ist okay, den Tate folgen. Aber. Los, schnell wieder Wind. Der Rücken ist schon gut. Volle Kraft voraus. Aber... Aber hier ist nichts. Ich muss wieder auf dem Leiteisen rum. Na gut, dann schauen wir noch mal in die Stadt. Gleich geht es hoch. Das sind die Kühe. Hast du Neuigkeiten zum Auftrag für mich? Nein. Ja liebe Leute, das soll es erst mal wieder gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt dann hoch. Oder abonniert mich. Ansonsten alles in die Kommentare schreiben, was euch auf den Herzen liegt. Und wir sehen uns im nächsten Part. Alles klar, macht's gut. Ciao.